willkommen zurück ich glaube wir gehen mal ganz kurz ach wir sind ja hier schon bei der zeitung nach bei der zeitung noch vorbeischauen ob die ein neues interview von mir wollen jetzt wo ich so berühmt bin also immer schon so ein bisschen berühmt könnte ja sein es ist so dunkel schon wieder sie hat ja gesagt sie will mich irgendwann später noch mal interviewen also lassen sie auf sich auf nein okay ist ja so kann man ja auch mal einfach nachgucken und dann enttäuscht wieder gehen ja ich will eigentlich nur das spiel für euch in die länge ziehen ich habe tatsächlich schon die nächste erstmal noch mal eine mülltonne rum willen das nächste ziel ist schon markiert und danach dann noch eins und dann gibt es endlich wieder auf quest also wir sind nah dran ich kann ja mal so es funken ja weiß es nicht ob das so gut geklappt hat das dreimal kurz dreimal lang dreimal kurz ach ja na kollegen auch so und direkt sollte das sein sein da sehe ich doch auch schon den hauseingang perfekt 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 ich auch schon direkt monster spawn warum zieht der die waffe nicht okay irgendwie nicht damit gerechnet dass die vier schuss reichen werden du schwachkopf luis du bist wohl ein ganz klaus kärchen was hast den armen bastard angekettet im keller zurückgelassen und dann wurde der keller überflutet na dann viel glück beim versuch von ihm ist der kappen das geld zu kriegen oh shit ich bin raus aus der nummer ich werde nicht hier rumsitzen und auf den gefatter tod warten kappen da wird dich dafür in die ahle verfüttern warte mal los kennen wir doch den namen oder oh mein gott das schreckt mich dann nicht so oh das ist schon wieder beliebi oh no okay es ist er hinüber aua war doch gar nicht dran am feuer hat er mich erschrocken als er gerade wieder das sah aus als würden hände aus der wand kommen das hat mich gespukt hier we go ein makelloser granat wo ist er ist nicht hier doch hatte schwachkopf ja makelloser granat ein makelloser granat ohne verzierung in der größe eines eis okay ein bisschen wut raus lassen ich würde eigentlich gerne mal im keller nach dem toten typ sehen aber na keller überflutet ja also bindet leute nicht an wo wasser hineinlaufen könnte letzte station auch in salvation habe aber im nördlichen teil oxford maple marsch aber wir sind ja schon im nördlichen teil marsch wo sind die oxford oxford zwischen marsch und maple hier redest ja direkt um die ecke das passt doch perfekt das boot guckt sogar in die richtige richtung heute ist ein guter tag die folge startet direkt stark leute besser kann es nicht sein okay es ist im verseuchten gebiet das ist wiederum nicht so toll aber ein bisschen schwund ist immer noch unsere tolle pistole mit der wir 500 mal auf leute schießen müssen damit sie umfallen monster bleibt weg na klar tschüss junge die ob solche machen den rücken schießen es kommt dann noch der dicke von unten schluss ich bin raus ich habe sogar in diesen unmöglichen posen ist eine schwachstelle oh mein gott getroffen ist es trotzdem egal weil die 100 schutz brauche ich hasse es lassen wir doch alle in ruhe oh mein gott ich hasse diese viecher die man sich einbildet ist ja gefühlt immer schlimmer wenn uns auch ganz schön die munition verschossen muss man sagen okay wir holen uns den schatz und dann gehen wir hier weg ja abgeschlossen was haben wir denn bekommen als letztes noch einen ohrring ein schwerer ohrring aus gold der die form einer länglichen muschel aufweist wunderbar leute haupt questzeit packt mit dem teufel ab zum anwesen der black note black blackwood aber note blackwood so und zwar hier ganz unten nach grimhaven bay schnellreise und strom anwesen zudem da unten ich wollte eigentlich noch liefen aber ich habe mich eines anderen besseren besinnt jetzt kommt man da überhaupt durch hier hoch oder und dann komme ich drüber na ganz schön wenig los hier auf den straßen also auch hier auf den sicheren abschnitten also die frühen morgenstunden sind einmal wieder durchgelaufen nee ich will erst im schnellreise ding ist mich in die richtung von meinem punkt gerannt oh schmeckt ganz ehrlich wenn ich jeden tag nur fisk essen müsste dann würde ich mich auch mal über so eine fette ratte freuen glaube ich na so in einer welt in der apokalyptischen welt in der ich nicht vegetarierin bin ich versuche mich nur hinein zu versetzen so wo ist denn der eingang zum anwesen ist glaube ich relativ egal gewesen gehen dadurch das loch wir hauen jetzt den alten blackwood um der uns einfach abgezogen hat wir müssen hier ist das anwesen oder es ist das sieht gut aus so und den hauen wir jetzt einfach um er wollte uns einfach das blöde ding abziehen das siegel oder beziehungsweise hat es uns abgezogen aber wollte er uns auch retten nena weil wir sind ja der auserwählte ist er auch ein auserwählter er wurde von den typen überfallen ja ich wollte gerade sagen hier liegt ein bein rum das ist aber seltsam und dann wurde ich von den viechern angegriffen nur großartig er beschwörungsstimmend er beschwört die ja ich hätte auch gern so eine große muschel zwei große muscheln ich freue mich immer wenn ich am strand coole sachen finde aber ich sammle auch viele muscheln ein aber ich liebe es wenn ich schnecken häuschen finde am strand früher hat man auch manchmal mal so ein große gefunden aber jetzt finde ich wenn dann eigentlich nur so kleinere aber ich sammle die dann immer weit ist dieser arme kerl nicht gekommen nach denen gucke ich immer ganz besonders also die spur hier ist nicht vielversprechend ist nun nicht gut noch so ein halber kopf ist mich raten hier kann man jetzt mit unserem zeichen durch okay beschwerungsdinger können wir die aktivieren eigentlich nena der ofen sieht aber cool aus das eod zeichen warum haben wir eigentlich nur noch so wenig immer wie viele schüsse denn noch das ist ja absolut krank die tür gibt nicht nach das schloss ist ziemlich stabil ich brauche den schlüssel na da wird uns doch bestimmt gleich wieder in so eine eingebung sagen wo wir lang müssen das sieht auch sehr cool aus dieses verkrustete hier und gehen wir erstmal in den keller jemand hier in beschwörung zur circle zirkel ich meine es war im bereich des möglichen dass da jetzt halt so ein vieh rauskommt aber das war wieder ein fall von wir mussten so super nah ran gehen damit das rauskommt ich habe mich so erschrocken ich bin dann aber auch schreckhaft in so momenten ach ja es wird ja immer besser hier was bist du was passiert da klar ein ort für rituale darf im hause blackwood natürlich nicht fehlen und gut ausgestattet obendrein der alte ist geisteskrank sagen wir wie es ist ach schön ketten ah oh das hier scheint neuer zu sein das ist ja nicht so gut ah ein tagebuch ritualprotokolle kandidatin 8 linda brennan fehlgeschlagen die extraherung der saad des schläfers ist geglückt aber es gelang mir nicht sie zu versiegeln ich muss es weiter versuchen keiner von ihnen verdient diesen fluch kandidatin 9 judy ennis es gelang mir zwar die trägerin der saad von ihrem fluch zu befreien aber kontrollieren konnte ich die saad anschließend nicht irgendetwas fehlt kandidat 10 gordon smith fehlgeschlagen das gold der tiefen wesen hat nichts gebracht ich brauche etwas stärkeres kandidatin 11 harriet do ich kam zu spät aber entgegen meiner vermutung ist sie nicht die letzte trägerin der saad es gibt noch einen auserwählten oh meint ihr das war eine falle um mich hierher zu locken oh der schlüssel den brauche ich das auge des daegon dieses symbol habe ich schon mal gesehen oh mein gott ich dachte da kommt es echt um mich zu holen so oft schon habe ich es versucht und da sind nur noch wenige auserwählte übrig ich muss weiter suchen also können wir jetzt auch als mann die saad in uns aufnehmen ja du verfluchtes ding ich brauche etwas stärker ich brauche etwas stärker etwas das mit kathagonor in berührung kam hier entlang gordon es dauert nicht mehr lange dann bist du geheilt ok dann wollen wir mal hier entlang gordon ja ich würde sagen die reihenfolge du verfluchtes ding so oft schon habe ich es versucht und da sind nur noch wenige auserwählte übrig ich muss weiter suchen aber noch blackwood führte mit jemandem ein ritual durch doch der mann starb dabei aber noch bestattete ihn und machte sich auf etwas stärkeres zu finden ja aber den hatten wir ja schon den stein was ist hier denn dann noch ach das ding jetzt ach so die führen uns jetzt wahrscheinlich zu der tür hoch aber die kennen wir ja schon ich würde trotzdem glaube ich erst nochmal den stockwerk höher gucken was noch so hier ist welche dreckige scheiß fücher ok die sind hinüber die sind hinüber ah abonet blackwoods tagebuch die geile sind dreister geworden und haben sich bis zu meinem gehause zu hause vorgewagt ich habe starke schutzerkehrungen getroffen aber es sind beileibe nicht wenige und die bande des gelben königs gibt nie nach der gelbe könig wieder ich weiß dass sie nach mir suchen mr reed oh in dem moment als ich sie sah wusste ich über sie bescheid und die männer des gelben königs sind eine weitere bestätigung ich kann es nicht riskieren ihnen zu viel zu offenbaren da dieses buch in die falschen hände geraten könnte aber ich denke dass ein detektiv ihres kalibers nicht auf den kopf gefallen ist ich begebe mich nun zu meinem pilgerort ich habe das diegel von ein container bei mir genau na super ja aber wer ist denn denn jetzt der böse der gelbe könig oder ich blick nicht mehr durch das ist so kompliziert für mein kleines mein gehirn das weite offene meer einst habe ich mich auch davon angezogen gefühlt ich nicht ich habe angst vom meer warum so ein gruseliges schaukelpferd muss das sein oh oh bilde ich mir das nur ein oder erwidert sie meine blicke tatsächlich ähm ich hoffe du bildest es dir ein ach ja kommt zum meer meine lieben seit klar war dass mein sohn evernote nicht unser heilsbringer ist wussten wir dass dieser tag kommen wird das ende des zyklus naht und wir sollten nicht länger zaudern alle mitglieder unserer alterwürdigen familie treffen sich in der familieneigenen fischhabrik um die stadt zu verlassen achtet darauf dass keine staatsdehnen auf euch aufmerksam werden und dass euch keine neuarmkündigen folgen feiert euren letzten tage in dieser elenden stadt und kommt zum meer lasst eure habseligkeiten zurück sobald wir bei unseren meistern in der tiefe sind wird es uns an nichts fehlen Brief an Iona Blackwood werte Iona ich habe mich mit aller gebotenen sorgfalt der sache angenommen und bin der meinung dass du voreilig schlüsse gezogen hast evernote ist ein intelligenter junger mann mit okkulten talenten aber nichts deutet darauf hin dass er ein Auserweter ist er trägt nicht die Saat des Schläfers in sich aber gehe bitte nicht zu hart mit ihm ins Gericht sein ganzes bisheriges Leben hat er sich auf sein Schicksal vorbereitet und wenn er erfährt dass er kein Auserweter ist braucht er einen gewissen Halt ich rate dir ihn zum Orden zu schicken denn meines Erachtens könnte er sich als fähiger Prediger erweisen beste grüße porscher marsch ah marsch da hatten wir doch was von gehört ja krass ähm schwierig oh mein gott viel dazugekommen jetzt tja was haben wir evernote blackwood hat das siegel und hat das zum pilgerort gebracht oder evernote blackwood ist überzeugt davon dass das ritual mit dem siegel das nun in seinem besitz wird gelingen wird ok der pilgerort und der exodus die fischerbrick finden evernote blackwood ist geflohen aber ich glaube ich weiß wo ich ihn finde er pilgert des öfteren an den ort wo seine familie augmund verlassen hat die fischerbrick der blackwoods seit die familie nach augmund zog gibt es diese fabrik sie muss also recht alt sein aber sie muss sich nah am wasser in einem der hafenbezirke befinden ok blackwoods rituale endeten tödlich keine der außerweten überlebte bisher evernotes okkulte bestrebungen evernotes rituale enden tödlich oder das ritual könnte mich retten vergiss es die tötet alle damit ich bin jetzt hier nicht das versuchskaninchen so was passt noch zusammen die noch die anderen passen nicht zusammen na gut dann müssen wir als nächstes zu der fabrik oder was haben einem der hafenbezirke ich nehme aber an wir werden wahrscheinlich also wir sind schon mal dran vorbeigelaufen an der fabrik aber ich weiß es nicht mehr wo es genau war also werden wir wahrscheinlich beim rathaus nachschauen müssen im register also ich weiß noch wo ich gesagt habe dass das lustig klang als hier dran vorbeigelaufen sind aber weiß beim besten willen nicht mehr in welchem viertel das war und das alles abzuklappern ist glaube ich ein bisschen mühselig deswegen denke ich werden wir fündig wenn wir im rathaus nach den unterlagen gucken moin ich muss die ganze zeit daran denken dass es halt am friedhof auch noch eine möglichkeit gab zu tauchen und ich frage mich die ganze zeit ob das von der nebenquest war die ich verpasst habe oder wofür man da tauchen musste oder vielleicht kommt das ja auch noch ich weiß ja nicht wie viel haupt story wir jetzt noch vor uns haben könnte alles sein moin entzückende dame hören sie auf mich zu belästigen ok warte ein bisschen hinweis anheften fischerbrick es ist ein unternehmen und wir können die hafenbezirke einfach gleich durchgehen nach der flut das könnte bei rechtsdokumente sein ne advent ist keine grimhaven bay würde passen salvation harbour ok oder keiner davon und wir suchen nach rechtsdokumente arbeitsunterlagen personenstandsbücher ok das ist jetzt ja kacke wer ist arbeitsunterlagen oder rechtsdokumente ist die frage ah hier in salvation harbour fischerbrick blackwood marsch hier an der ecke nantucket fritz or callaham im zentrum des bezirks grimhaven bay in der ecke nantucket mit zur kelle hin mit zur kelle hin nantucket hier jetzt sag nicht dass hier große das große da ist dann die fabrik dann hätte ja auch drauf kommen können habe ich das gefühl dass da viel gefetzt wird in der fabrik das ist doch bestimmt voll mit wildbeestern ach guck mal können wir uns nicht wo wir einmal jetzt hier so passend gekleidet sind hier sherlock holmes mhm 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 ok ja 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 ach unser freund der hier mal war er ist nicht mehr da ich vermisse es canning factory oh bestimmt blackwood und marsch oder Huch, ist gerade der Kran reingespawnt. Deswegen B und M, Blackwood und Marsh.